4 Leute haben sich verletzt auf Schalke, außerdem 5 Spieler kommen aus den Jugendmannschaften und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke Update. Also 4 Spieler haben sich verletzt, der erste ist natürlich Salih Sané, das wissen wir schon länger, seit der Länderspielpause ist er verletzt, er wird jetzt übrigens keine OP machen müssen, da stand jetzt einfach noch zur Frage, ob Salih Sané operiert werden muss, das nicht, aber er wird konservativ behandelt und ja, die Knieverletzung ist offensichtlich so schlimm, dass er auf jeden Fall mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate fehlen wird. Das gleiche könnte jetzt auch noch passieren bei Paciencia und das gleiche könnte auch passieren bei Ralf Fährmann. Starten wir erstmal mit Paciencia, Paciencia ist jetzt nach Portugal gereist zu seinem Vertrauensarzt und wird das jetzt erstmal abklären, was das für eine Verletzung ist und wird eben seinen Vertrauensarzt da nochmal drüber schauen lassen und danach wissen wir, was dabei rauskommt. Aber es kann wirklich eine längerfristige Verletzung auch sein und naja, Ralf Fährmann das gleiche, auch Knie und da bleibt es jetzt einfach abzuwarten. Jochen Schneider konnte noch keine Diagnosen geben bzw. konnte noch keine Diagnosen veröffentlichen, weil sie schlicht und einfach noch nicht da sind. Außerdem, Bastian Oczipka hat sich auch noch verletzt, es ist unglaublich, was wieder los ist. Bastian Oczipka hat sich auch noch verletzt, hat jetzt eine Muskelverletzung, ist jetzt am Dienstag vom Training mit einem Golfcaddy abgeholt worden bzw. vom Platz eben runtergeholt worden und da ist jetzt die Frage, wird er es rechtzeitig schaffen bis Samstag. Ansonsten muss natürlich sein Vertreter ran. Das könnte Hamza Mendil sein, das könnte aber vielleicht sogar ein Jugendspieler sein und zwar Kerem Schalanolu und damit sind wir auch schon bei den fünf Spielern, die jetzt hochkommen werden. Spieler Nummer eins ist Jan-Lukaschula. Jan-Lukaschula aus der U23 ist 21 Jahre alt und Mittelstürmer. Der wird jetzt auf jeden Fall auch hochkommen, nachdem Imbizovic ja jetzt auch weg ist, weil er sich ja mit Schalke darauf geeinigt hat, seinen Vertrag zu beenden zum 31.12. wird da auf jeden Fall, wird es da sehr eng auf der Stürmerposition. Deswegen hat Baum auch gleich zwei junge Schalke aus der U23 geholt. Also einmal Jan-Lukaschula und auch Matthew Hoppe. Ja, Matthew Hoppe, also auch aus der U23, 19 Jahre alt und auch Mittelstürmer. Und ja, da ist eben die Frage, was die beiden Jungs tatsächlich dann auch im Profikader zeigen können. Erste Variante wird natürlich dann erstmal Ahmed Kutucu sein, der ist mal unser nominell einziger Mittelstürmer jetzt noch ist, den wir haben. Ansonsten, ja, haben wir natürlich auch noch die ein oder andere halbgare Lösung. Das wäre eben ein Raman, ein Skripski oder ein Matondo, die ja eher Außenstürmer sind, die dann auch wirklich im Mittelsturm einzusetzen. Ist natürlich auch möglich. Okay, also das waren die zwei, Jan-Lukaschula und Matthew Hoppe. Außerdem noch aus der U23, Florian Flick. Der ist defensiver Mittelfeldspieler, 20 Jahre alt. Und ja, natürlich dann erstmal Ersatz auch für Nabil Bentaleb, zumindest, naja, von unten. Es wird mit Sicherheit jemand aus dem Profikader Nabil Bentaleb ersetzen, aber Florian Flick ist dann auf jeden Fall eine Option für die Bank. Ja, außerdem noch aus der U19, Mikael Maden, 18 Jahre jung, Norweger und offensiver Mittelfeldspieler. Ja, auf jeden Fall dann eine Option fürs offensive Mittelfeld und noch den schon eben angesprochenen Kerem Schallhanoglu. Kerem Schallhanoglu ist der Cousin von Hakan Schallhanoglu, der berühmte von, ja, ehemals HSV und Leverkusen, mittlerweile beim AC Mailand. Und ja, Kerem ist 18 Jahre alt und ist ein richtiges Talent auf jeden Fall. Hat auch schon einen Profi-Vertrag unterschrieben auf Schalke und ja, ist bislang noch nie im Profikader eingesetzt worden, aber kommt jetzt in Frage für die linke Außenbahn. Das heißt, linkes Mittelfeld ist eigentlich seine Stammposition. Er kann allerdings auch als Linksverteidiger eingesetzt werden. Da ist eben die Frage, ob Baum vielleicht sogar ihn mal aufstellen wird als Ersatz dann gegebenenfalls für Utschipka. Es ist noch nicht klar, ob Utschipka fehlen wird am Samstag. Es ist aber durchaus möglich. Also, ganz wild, auch heute wieder, ja, geht es weiter auf Schalke. Das Spiel gegen Gladbach, dazu wird es jetzt auch nochmal eine Spielvorschau geben. Solltet ihr unbedingt auch reinziehen auf diesen Kanal. Und damit sage ich, Glück auf und macht's gut. Und wir sehen uns im Livestream. Ciao. Und wir sehen uns im Livestream.